Gut, bevor du auch jetzt wirklich nur überlegst, einen ETF zu besparen, müssen wir ganz klare Regeln definieren, die dich dein zukünftiges Leben begleiten werden. Denn wir haben gelernt, Emotionen müssen draußen bleiben. Emotionen können dein langfristiges Investment wirklich kaputt machen. Und genau deshalb müssen wir mit Regeln agieren. Denn Benjamin Graham, einer der erfolgreichsten Investoren, ist gefragt worden, was einen richtig guten Anleger ausmacht. Geantwortet hat er folgendermaßen. Dafür braucht man weder außergewöhnliches Wissen noch Intelligenz. Am wichtigsten ist die Disziplin, gewisse Regeln aufzustellen und sie zu befolgen. Gut, und genau das werden wir jetzt machen. Ich habe dir vier mandatory Fragen vorbereitet, die du dir jedes Mal stellen solltest, bevor du ein Investment tätigst. Und neun weitere Fragen, die dir die Richtung vorgeben sollen. Beginnen wir mit den vier wichtigsten Fragen, die du dir stellen solltest vor jedem Investment. Habe ich mindestens das drei- bis vierfache Nettogehalt auf der Seite, um in finanziellen Notfällen darauf zugreifen zu können? Frage Nummer zwei. Gehe ich mit diesem Investment ein langfristiges Investment ein? Frage Nummer drei. Habe ich heute jetzt investiert und morgen bricht eine dreijährige Krise aus? Habe ich immer darauf geachtet, nie so viel zu investieren, dass ich in den nächsten drei Jahren darauf zugreifen müsste, um über die Runden zu kommen? Und die Frage Nummer vier ist, mit einer der wichtigsten Fragen, verstehe ich dieses Investment zu 100%? Wenn du eine dieser vier Fragen mit Nein beantwortest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du mit diesem Investment zukünftig falsch umgehen wirst und du solltest darauf verzichten. Falls du alle Fragen mit Ja beantwortet hast, frag dich zusätzlich noch die folgenden Fragen. Wie hoch ist das Risiko, in diesem Investment mein ganzes investiertes Geld zu verlieren? Kann ich einen Totalverlust mit diesem Investment verkraften? Welches Ziel habe ich langfristig mit meinem Investment? Eine bestimmte Summe, Absicherung der Pension, sinnvoll mit meinem Geld verwenden. Wie stimmt dieses Investment mit meinem finanziellen Haus überein? Habe ich das Ende in Sicht mit diesem Investment? Wird das Investment ein monatliches oder ein einmaliges? Wenn ein monatliches, wie viel Prozent meines Sparanteils will ich maximal im Monat in dieses Investment investieren? Wenn einmalig, teile dein Investment in drei Teile und investiere die nächsten Monate, um dein Risiko zu splitten und um eventuelle Schwankungen im Markt auszunutzen bzw. zu vermeiden. Die Investitionsrichtlinie ist absolut wichtig für dich und nur die Richtlinie darf und sollte entscheiden, ob das Investment das Richtige ist und ob du dieses betätigen sollst. Und ich blende gerne noch einmal das Zitat von Benjamin Kramer ein. Für einen erfolgreichen Anleger braucht man weder außergewöhnliches Wissen noch Intelligenz. Am wichtigsten ist die Disziplin, gewisse Regeln aufzustellen und sie zu befolgen. Sieh die Richtlinie als einen Vertrag, den du mit dir selbst abschließt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Jetzt könnt ihr vielleicht beim einen oder anderen, der sich das alles angeschaut hat in diesem Level, der Gedanke aufkommen, das ist schon ein bisschen viel. Die Entscheidung muss ich alle treffen, da gehe ich lieber zur Bank, der macht mir das und ich habe überhaupt keinen Aufwand. Vollkommen richtig. Und die Entscheidung kannst du auch wirklich tun. Deine Entscheidung, welchen Weg du gehen wirst, ich möchte dir den Weg ehrlich zeigen und mit allen Schritten zeigen, die du zu tun hast, damit es auch wirklich vernünftig in der Zukunft passt, wenn du lieber sagst, okay passt, wir sind die ewigen Klassiker lieber, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, das Level entspricht keiner menschlichen Bewertung. Wenn du auch jetzt sagst, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel noch für mich, ich bleibe noch ein bisschen am Sparbuch, auch das ist vollkommen in Ordnung. Wenn der zukünftige Moment irgendwann in deinem Leben kommt, in der Zukunft, wo du sagst, gut, jetzt möchte ich doch wissen, wie es weitergeht, dann kannst du hier für ein vieles wieder starten und hier weiterspielen. Für alle anderen, die 100% Verantwortung übernommen haben, die die Richtlinien gemacht haben und alle Fragen beantwortet haben und die Richtlinie beschließt, dass du das Investment in den ETF machen kannst, weil du alles mit Ja beantwortet hast, dann möchte ich dir jetzt noch ein kurzes Video zeigen, wie du deinen ersten ETF wirklich dir zulegen kannst. Und das ist im zweiten Untervideo.